Hallo allerseits und willkommen zu meinem Podcast zum Film Ride On Die Zweite Chance. Bei diesem Film handelt es sich um einen chinesischen Film aus dem Jahr 2023. Die Handlung des Films dreht sich um den in die Jahre gekommenen Stuntman Lao Luo, welcher von niemand anderem als Jackie Chan gespielt wird und seinem Stuntpferd namens Roter Hase. Lao hatte Roter Hase nach dessen Geburt als Bezahlung für noch an ihn offene Schulden akzeptiert und so auch das bei der Geburt am Vordermain deformierte Pferd vor dem Tod gerettet. Er hat es aufgezogen und die Deformierung erfolgreich behandelt, wodurch es zu einem intelligenten Stuntpferd werden konnte. Nun hat Lao jedoch selbst Schulden und so auch Ärger mit Geldeintreibern, die hinter ihm her sind, wodurch er sich in der Öffentlichkeit in alter Jackie Chan-Manier gegen sie wehren muss und Roter Hase unterstützt Lao dabei. Dies wird durch Zufall per Handy gefilmt, geht viral und dadurch wird die Stunt-Szene wieder auf ihn aufmerksam und er bekommt wieder Aufträge zusammen mit Roter Hase. Dann taucht jedoch ein weiteres Problem auf, denn Roter Hase soll ihm weggenommen werden, da das Pferd demjenigen gar nicht gehört haben soll, der Lao das Pferd damals als Bezahlung überlassen hat. Hier kann sich Lao jedoch nicht handfest wehren, sondern braucht einen Anwalt. Aber da er kein Geld hat, muss er Kontakt zu seiner Jurastudierenden Tochter namens Xiao aufnehmen, zu der er seit dem Tod seiner Frau vor sechs Jahren keinen Kontakt hatte, da seine Tochter ihm vorwirft, nicht da gewesen zu sein, als er gebraucht wurde. Allerdings hat sie ihrer Mutter auf dem Sterbebett versprechen müssen, für ihren Vater da zu sein, wenn er sie bräuchte. Xiao ist jedoch noch keine Anwältin und so bezieht sie ihren Verlobten Naihua, wenn ich den richtig ausspreche, mit ein, der gerade frisch Anwalt geworden ist und seinen ersten Fall gewonnen hat. Die Kennenlernphase zwischen Lao und Xiaos Verlobten verläuft, sagen wir mal, intensiv. Im weiteren Verlauf des Films erhalten Lao und Roter Hase immer weitere Stunt-Aufträge, wodurch er seine Schulden begleichen kann, natürlich nicht ohne, dass es noch einmal zu einem typischen Jackie Chan Kampf kommt, den Jackie Chan, obwohl er im April 2024 tatsächlich schon 70 Jahre alt wird, genau wie seine anderen Stunts immer auch noch selber macht. Die Stunt-Angebote für Lao und Roter Hase werden jedoch auch immer riskanter und es kommt zu Unfällen, weswegen die Annäherung zwischen Lao und seiner Tochter immer wieder Rückschläge erleidet, da Lao immer wieder in seine alten Verhaltensweisen zurückfällt. Roter Hases Vorderbein hält nämlich der Belastung nicht mehr stand und Lao verletzt sich schwer. Seine Tochter findet alte Aufzeichnungen von Treffen mit ihrem Vater, aber auch von früheren Unfällen ihres Vaters und begreift nicht, warum ihr Vater noch immer solche Risiken eingeht. Leider verläuft auch die Verhandlung um Roter Hase schlecht. Lao muss ihn seinem neuen Besitzer bringen. Und dies ist tatsächlich ein sehr emotionaler Moment, vor allem weil Roter Hase halt nicht dort bleiben will. Zum Glück zeigt Zhao dem neuen Besitzer die Aufzeichnung, die sie gefunden hat und da Roter Hase auch die Nahrungsaufnahme verweigert, gibt er ihn an Lao zurück. Und zum Glück sieht Lao auch bei seinem letzten, sehr riskanten Stunt ein, dass er nicht mehr seine und auch nicht die Gesundheit von Roter Hase aus Spiel setzen darf. Und so bricht er zum ersten Mal einen Stunt ab und setzt sich somit auch zur Ruhe, wodurch auch die Familie wieder zusammengeführt wird. Damit endet dann auch der Film. Mein Fazit zu Ride On. Ich muss gestehen, auch hier wurde ich wieder einmal von einem Trailer getäuscht, denn dass es sich mehr um ein Drama statt um eine Komödie handelt, kam in dem Trailer nicht so rüber. Daher war auch meine Erwartung an den Film eine andere, welche nur teilweise erfüllt wurde. Die Kampfchoreografien waren so wie erwartet und der Film hat auch seine lustigen Momente, jedoch überwiegt eigentlich das Drama. Da ich jedoch ein großer Jackie Chan Fan war, beziehungsweise auch noch bin, und in meiner Kindheit Filme wie Drunken Master oder Die Schlange im Schatten des Adlers schon Kultstatus erreicht hatten, war es trotzdem schön, einen neuen Jackie Chan Film zu sehen. Trotzdem fällt mir eine eindeutige Bewertung nicht leicht. Dadurch, dass ich etwas anderes erwartet und nicht mit einem Drama gerechnet habe, fällt meine Bewertung nur etwas mehr als mittelmäßig aus. Wer Drama, Kampfkunst, Stunts und vor allem auch Jackie Chan mag, wird den Film sicher besser finden. Für mich ist es jedoch einer der Filme, wo es mir reicht, ihn einmal gesehen zu haben. Das war es auch schon mit meinem heutigen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar zu meinem Podcast da oder sofern ihr den Film schon kennt, schreibt gerne in den Kommentarbereich, wie er euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und das gleiche gilt auch für ein Abo, sofern ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Mich würde es freuen und euch kostet es ja nichts. Und wenn ihr dann auch noch die Glocke aktiviert, werdet ihr automatisch über neue Videos informiert. Nun wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend und eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr euch dieses Video angesehen bzw. angehört habt. Macht es gut, ciao, ciao, euer Worian.